So, wir sind jetzt hier auf unserer vorläufigen Teststrecke und werden jetzt einfach mal ein paar Kurven ballern. Und ich habe im letzten Video vergessen, dass wir ja einen Quickshifter und einen Blipper haben. Die Asts rein funktionieren, Freunde. Also ohne Scheiß. Der Blipper und der Quickshifter funktionieren perfekt, so wie sie sollen. Wir sind die Strecke hier schon einmal Probe gefahren. Die Strecke ist sauber. Es ist nichts los. Und ich muss sagen, das Bike ist sehr stabil. Wobei ich mir hier GP-Shift wünschen würde, muss ich ehrlich sagen. Heißt umgekehrte Schaltung. Ist für sowas besser, wenn man hier ein bisschen Schrägllage fährt, dass man nicht unter den Hebel greifen muss mit dem Fuß. Da war eine Bodenwelle, die hat mich kurz erschrocken. Aber sie lässt sich sehr stabil, sehr zielgerichtet durch die Kurven fahren. Also das kann ich mit vollster Überzeugung sagen. Da, wo man hinfahren will, da fährt man auch hin mit dem Ding hier. Also man muss halt nur da hinschauen, wo man hinfahren will, das ist ganz klar. Aber das wissen wir ja alles, denn wir sind ja alle Motorradfahrer. So, und wir fahren das Ganze nochmal retour, weil es so schön war. Dieser Quickshifter. Also, was der für Fehlzündungen raushaut. Was der für, was diese Zündunterbrecher für Explosionen zur Folge haben. Das ist wie eine scharfe Klinge, dieses Ding. KTM vermarktet das schon richtig. Die erzählen da schon keinen Mist. Das stimmt schon so, wie sie es sagen. Ich bin gerade ein bisschen überwältigt, Freunde. Es tut mir leid, deswegen sage ich gerade nicht so wahnsinnig viel. Aber das Ding ist sowas von stabil. Da kann meine MT-07 nur von träumen. Das sage ich euch ehrlich, von dieser Stabilität, die dieses Teil hier an den Tag legt. Und wir fahren jetzt nochmal auf halbe Strecke zurück, denn wir müssen ja auch noch Sound machen. Ja, ich habe vergessen, dass ich Supermotor-ABS anhab. Okay. Oh, da ist sogar schon ein bisschen schwarz. Geil. Okay, schauen wir mal, was das Ding so schmeißt. Alter, das Mikro macht es nicht mit. Alter. Alter, dröhnt es in den Ohren. Alter, ist das laut. Aber die sind doch Euro 5. Wie? Alter. Euro 5 ist ja nicht immer so schlecht. Naja, MT-07, MT-99. Wir sind jetzt gleich auf der Autobahn. Und dann schauen wir mal, was dieses Ding so drauf hat. Topspeed-technisch. Ich bin gespannt. Wir haben 121 PS, 99 Newtonmeter Drehmoment. Auf der jetzt hier, wir haben jetzt die 890er R. Mit einem grandiosen Quickshifter. Und dieser Klang von diesem Bike. Ich sag's euch. Also, wie KTM das geschafft hat, ist mir ein Rätsel. Dieses Ding ist so rasiermesserscharf. Skalpell. Wirklich. Was anderes kann man nicht sagen. Skalpell. So haben sie die 97er schon vorgestellt. Die 98er ist kein Deut schlechter. Ganz im Gegenteil. Dieses Ding ist sowas von präzise. Aber sie fängt ganz schön das Wackeln an bei 150. Also schaut euch das mal an. Wenn ich schneller fahre, ich weiß nicht, was es ist. Aber aerodynamisch sollte eigentlich alles passen bei dem Bike. Wenn ich mehr Gas gebe vielleicht. Ne. Also das taugt mir mal überhaupt nicht. Schau euch das mal an. Wie die anfängt zu wackeln. Also da traue ich mich jetzt nicht unbedingt, den Topspeed-Test zu machen. Sag ich euch ganz ehrlich. Schon ein bisschen heftig. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich hab's versucht mit kurz vorm Gas gehen, dass es sich wieder stabilisiert. Ich hab's versucht mit beinahe an den Tank klemmen, dass ich es ein bisschen stabilisiere. Selber. Hat auch nicht funktioniert. Ich weiß jetzt echt nicht, wo das Problem war. Oder ist. Weil aerodynamisch ist eigentlich alles in Ordnung. Es ist alles so, wie es sein sollte. Und man sollte mit der schon schneller fahren können als 150. Ohne Bedenken. Mal ernsthaft. Was soll denn das? Wir bleiben jetzt einfach mal im sechsten Gang. Es tut mir leid, weil diese Schaltvorgänge machen die Bikes auch immer instabiler. Und daher versuche ich das jetzt einfach mal im sechsten im Gang zu bleiben. Und mal schauen, ob das was hilft. Ich verstecke mich wieder. Und sie fängt schon wieder an. Wieso? Also das ist mir wirklich zu krass hier. Was soll denn das? Was ist denn das für ein Müll? Da stört mich auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht, dass die ganze Zeit Leute vor uns sind. Weil wie soll ich so einen Topspeedtest machen? Also ich meine, ich kann damit ehrlich gesagt nichts anfangen gerade. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Woran liegt es denn? Bin ich selber so wenig aerodynamisch oder wie sieht das aus? Aber wenigstens klingen die Fehlzündungen brutal. Also eins kann ich euch sagen, man muss bei dem Motor wirklich nicht runterschalten. Man kann bei dem Motor ganz schaltfaul sein. Ja, Drehmoment immer. So, jetzt probieren wir es nochmal. Oh Mann, wieso wackelt das Ding so? Man kann mit dem Ding nicht schneller fahren. Meine Fresse. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Also das war nichts. Es tut mir wirklich leid, Freunde. Ich konnte keinen richtigen Topspeedtest machen. So kann ich das nicht. Was soll ich damit? Ich konnte nicht annähernd austesten, was das Ding spitze kann. Es tut mir wirklich leid, Freunde. Wirklich. Ich muss mich wirklich zutiefst bei euch entschuldigen. Aber ich kann so keinen Topspeedtest machen. Funktioniert für mich nicht. Ich kann so keinen richtigen Test machen. Ich könnte mich jetzt gerade... Ich reg mich jetzt gerade ein bisschen auf. Muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn ihr wisst, wie ich sowas verhindern kann, dass das Bike so wackelt. Wenn ich selber das beeinflussen kann. Dann lasst es mich bitte wissen. Bitte, Freunde. Weil ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Probieren wir es nochmal. Aber ich habe wenig Hoffnung. Ich habe wenigstens. Alter, ist dieses Ding laut. Das ist unvorstellbar. In der heutigen Zeit sollte man sich eigentlich nicht mehr über sowas freuen. Aber ich bin für mein schlechtes Vorbild bekannt.